Gelsenkirchen, das Kind wird flüge. Die alleinerziehende Teenie-Mama Lisa, 18, wird mit ihrer kleinen Priya auf Anraten des Jugendamts bei Oma Petra, 63, ausziehen. Das macht auch WG-Mitbewohnerin Michelle, 16, zu schaffen. Bis zu acht Personen übernachten phasenweise in Petras 65 Quadratmeter Wohnung im Stadtteil Bulmkehüllen. Die Bezieherin von Grundsicherung und Witwenrente muss zwei Bewohnerinnen aber gehen lassen, Enkelin Lisa mit Urenkelin Priya. Das Jugendamt hatte der 18-Jährigen geraten, sich etwas Eigenes zu suchen. Zu klein ist die Wohnung für acht Personen. Ich traue mir zu, allein für Priya zu sorgen. Sie ist pflegeleicht, da habe ich keine Probleme. Und sollte ich Probleme haben, fahre ich einfach zu Oma, sagt Lisa in den neuen Folgen der RTLZ-WII-Sozialdoku Harzrot-Gold. Lisa will Priya später in einer Ganztags-Kita anmelden, um eine Ausbildung anzufangen. Die Hauptschülerin wollte eigentlich Hebamme werden, was sie nach ihrer eigenen Geburt aber verwarf. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Cousine Michelle absolviert aktuell ein begleitendes Praktikum in einem Supermarkt, wo sie zweimal die Woche für je acht Stunden arbeitet. Lisa lobt die Arbeitskleidung der 16-Jährigen, die mit wir tauschen mal, ich nehm Kind und du gehst arbeiten reagiert. Harzrot-Gold Ich denke, dass das Jugendamt erwartet, dass die Wohnung immer sauber ist, nicht nur die Miete in Höhe von 565 Euro. Auch die Möbelerstausstattung für Lisas neue Wohnung im Stadtteil Schalke wird vom Jobcenter übernommen. 1900 Euro erhält sie, kauft dafür unter anderem Waschmaschine, Staubsauger und einen Mini-Ofen. Da die wegen Schwarzfahrens tausende Euro verschuldete 18-Jährige vor Schreck den Kühlschrank vergisst, pumpt sie die Caritas an, bekommt so noch einmal 250 Euro. Und dann steht der Tag des Umzugs an. Mir geht es mies, weint Oma Petra, die aber einsieht. Kinder werden erwachsen, muss man loslassen. In ihrer neuen Bleibe wird Lisa nun ihre Tochter allein großziehen. Ich denke, dass das Jugendamt erwartet, dass die Wohnung immer sauber ist und ich jeden Tag frisch koche.